Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Unravel. Hä? Ich schicke es nicht. Da. Oh, mich hat das jetzt geholfen. Wenn jetzt wieder einer kommt, dann weiß ich auch nicht. Ah. Okay, muss man erst mal drauf kommen, ganz schnell. Ich bin so... Mein Gott, ey. Was? Warum kann ich nicht abspringen? Hm. Wie? 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 hänge ich hier fest bei dem spiel er nimmt es nicht er sollte vielleicht hier was nehmen eine abseilen wir auch dumm aber er nimmt es nicht jetzt ich frage mich echt wo es hier noch hingehen soll klettern wir nach oben ok ich muss weitergehen so einmal weiter schwenken was soll das denn so sehr schön ach guck mal hier machen sie das auch mit diesen schlössern ja da haben unsere zwei auch eins dran gehangen das jetzt sieht es doch nicht mehr aus wie zwei ich denke wir haben nur noch ein bild für uns das ist nämlich schon nacht entgleist man kann sich ein leben lang fragen was am ende des weges liegt oder man kann es selbst herausfinden es tut weh jemanden gehen zu lassen aber manchmal ist es notwendig also auf jeden fall ein braunhaariges mädchen und ein blondhaariges mädchen ja d und k das sind zwei mädels oh mein gott guck mal jetzt haben wir da auch schon bildchen zusammen ja sehr schön ja wir haben noch zwei bilder unten im loch und oh holla und wie viel ist genug aber wir müssen erst unten im loch machen und dann können wir wie viel ist genug machen unten im loch unten im loch unten im loch ich weiß nicht wo wir hier sind sieht aus wie so ein bergbau gebiet oh mein gott oh er hat angst oh man sieht es ihm direkt an oh und er friert wieder oh schnell oh ich habe mich jetzt gerade erschrocken ähm wir haben kein band mehr ach so da oben ich dachte gerade schon ey wir haben kein band mehr was denn jetzt los das ist auch recht düster da wird jemand weggebracht so genau jetzt können wir hier festmachen nein ach was bitte und von da aus gestorben wow gerade mal durch geschafft ab nach oben wahrscheinlich wieder giftmüll oder so was da liegt ach mein gott der kleine friert und er hat total angst ey ich mag die stelle hier gerade gar nicht und ich habe kein band mehr wie kann das denn kommen wie kann das kommen dass ich kein band mehr habe ich verstehe es nicht ich habe ja nirgendwo was übersehen oder ne das ist ja ulkig doch ich habe was übersehen das ist ja Ja, ja. So, wir machen hier ab. Oh, bitte. Jetzt stirbt er schon nach dem bisschen. Das ist doch nicht normal. Sonst konnte ich vorher richtig große und hohe Sprünge machen. Die kann ich jetzt nicht mehr. So, jetzt müsste es aber reichen. Und zack. Die Flasche brauche ich. Ach. Hallo, ich will ganz nach unten. Wie geht das nochmal? Da muss ich schieben. Ja. Ah, sonst wäre ich hier nicht hochgekommen, okay? Okay. Oh, oh. Ja, aber der Dingens geht doch weg. Ach, ne. Echt jetzt? Von hier? Okay. Das ist schon raus hier. Ziehen. Ja, aber wie soll ich denn... Oh, nee. Aber beinahe hätte es... es hätte ja beinahe funktioniert. Beinahe. Hm. Vielleicht sollte ich hier ganz schnell rein... ...zuuu... ...zuuu... So. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Das geht auch so. Willkommen im Giftmüll. Okay, dem kleinen Mann geht es hier nicht gut. Ja, mhm. Okay, das kann er nicht haben. Jetzt lass mich bitte nicht schon wieder bei den Bäumen. Okay, 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 okay. Weil Giftmüll ist klar. Na? Was soll das denn? Ach so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin platt. Nein! Okay, ich geh drüber hinweg. Ich bleib nicht auf diesen Fässern drauf. Ähm, ich glaube aber, das muss ich. Wohl oder übel. Ich muss mich gerade selber töten. Ich muss auf den Fässern balancieren. Ich bin z Okay, das war super. Das ist perfekt. Ja, das sehe ich. Ich wollte auch ein bisschen mehr Band haben. Oh, da hat er sich erschrocken. Ja, so weit komme ich nicht. Aber... Oh, für was ist das? Oh, da hat er sich erschrocken. 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 Oh, da hat er sich plötzlich falsch. Shhh. Ja, das war ziemlich gut. Okay, so hätte es auch gegangen. Oh, ich mag das gar nicht hier, ey. Ich komme da gar nicht mehr hoch. Was ist denn da? Mensch. Ach, so. Für was brauchen wir dieses kleine Holzding? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur... ...dass ich will, dass das gleich vorbei ist, alles hier. Das war alles so fröhlich und jetzt ist hier total... ...we brauchen das Holzding. Ich glaube, ich weiß es nicht. Huchala. Okay, wir brauchen das Holzding nicht, sondern die Steine tun das. Ach man, Gott. Die Steine sind verletzend. Ich muss dann abspringen. Das ist es. Ich muss ganz schnell abspringen. Ach mein Gott, jetzt wollte ich gerade abspringen und dann ging es irgendwie nicht. Jo, jetzt bin ich... Da sag ich ja jetzt mal gar nichts zu. Ah, das ist eigentlich so ein Grund, warum ich Jump'n'Run-Spiele hasse. Okay. Er war gerade noch am überlegen. So, wie geht es jetzt weiter? Und dann... Oh, der Arme. Hier ist irgendwas. Hier hat sich gerade auf jeden Fall was bewegt. Geht nicht. Ah, lass mich raten. Wir müssen das reparieren. Oder auch einfach so. Okay, doch nicht. Ach so, dafür hätten wir es gebraucht. Oh, ich honk. Lass das mal wieder mitnehmen. Lass das mal wieder mitnehmen. Irgendwas angeschaltet. Hm. Hm. Wollen wir jetzt wahrscheinlich hier... Oh. Einen Stecker reinstecken. Ja, ja. So geht das. Wie soll ich das denn machen? Ah. Das Ding könnte ich eigentlich wieder... Warte mal. Ich könnte das Ding da ganz schnell wieder hinbringen. Pass auf. Machen wir das so. Dich brauche ich erstmal zum Draufkommen. Aber Leute, ich muss Schluss machen. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mal hin.